willkommen zurück zu joshis crafted world heute soll es richtig abgehen mit 20 grinsenblumen kommen nämlich zum zweiten boss wieder mit dabei ist der gute alte ich ja alle grüßen mal bitte den ich mir jetzt blendend ich gehe auch jetzt weg so vielen dank ihr habt ihr nicht her gefunden also wir sind da ganz hinten gespawnt als auf der suche trauben gewählen ok cool wetten dass ich irgendwas gesagt habe ich habe es jetzt leider weggedrückt ich habe jetzt nicht erwartet dass er was wichtig gesagt hat egal wenn man ok fragezeichen 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 oh ich glaube ich weiß schon wer es ist let's go was glaubst du wer es ist browser browser war knapp leider falsch hat ja schießt sage ich doch browser hey weisen diesmal nicht davon abhälten die juwelen zu finden eure unachtsamkeit seid vorsichtig ich bin der king auf diesen ting da muss ja jeder neidisch werden ihr glaubt doch nicht etwa dass ihr das besser könnt als ich klar was besser als du was bin ich ein eure wirklichkeit das ist nur eure schuld joshis mal sehen wie es euch gefällt ins meer zu stürzen und auf einmal wird dabei lebendig und es ist niemand geringeres als obelis 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 der peiniger die lebo wir haben es aber eigentlich alle gewusst dass es kile ist es war kein geheimnis sie lebo der ball macht nur ein ding ich brauche die herzen damit ich 100 prozent habe ich weiß es gar nicht also unter ihm ist ja so ein x aber ich weiß nicht wie ich das mich hin dazu bringen sein x zu zeigen was macht er jetzt als wir das so ah 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 na oh gott was kommt jetzt jetzt ist er schon am baden kate baden was ist diesegie ok lässt du das gleiche ober und bewusst habe ich das leben verloren ich muss noch kurz gucken habe ich leben verloren da unten steht es nicht habe volle leben ja aber ich bin der hauptcharakter warum ist er jetzt gebraucht werb so warm ist ja wenn ich sauer bin werde ich auch braun ich habe es kommen so dreist und dann war er hier machen erst nicht einfach dann stirbst runter ich weiß schon nicht runter jetzt habe ich den kampf dich noch mal machen verdammt jetzt haben wir alles verloren was machst du denn sorry sorry das war keine absicht was 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 man die steuerung zu zweit ist echt nervig ich glaube das ist nicht zu zweit gedacht hier macht du machst du machst du und da ist er nackt wir haben viele bodihose ausgezogen das war doch bausa ach so das zweite juwel wieso hat er das in der hose wow 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 hi ashi nimm das mal tschüss er hat es einfach geklaut ne er bringt es ja jetzt zurück weil die wollen ja nicht wieder zurück gehen guck eins haben wir schon jetzt ist das unser zweites jetzt wird er glücklicher naja verdammt ja das ist ein screenshot wert gewesen das wollte ich nicht so nochmal schnell dem boss nachgemacht und diesmal mit allen herzen wir haben jetzt sogar das zu mir genommen die fünf lebenspunkte geben so und da wir jetzt mit dieser unteren reihe das war nicht die karte mit der unten reihe fertig sind wenn wir jetzt oben links an weitermachen so da werden wir kurz hin beziehungsweise ich glaube ich kann mich sogar dahin porten ja das ist ja praktisch ja auf zu dieser pyramide oder was ist das ich brauche zehn kunzeblumen ja ich habe gerade noch so zehn stück hier hat zu haben akku voll es geht mir schon viel besser damit öffnet sich eine neue welt dino wüste herzlich willkommen die dino wüste bist schon aufgeregt auf die dino wüste aber sowas von dino randale es geht sofort los ich stelle mir gerade vor so ein dino-gag den ich mir auch verfrügeln kann aus mario warum kann joshi so schlagen in Mario 50 DS lol lol warte warte lass mich mal ich kann hier durch lol warte was ich kann die dinger kaputt schlagen ich habe eine red coin davon bekommen warte jaja isst du die auf warte hier oben war was mach mal ne stammattakte doch nicht auf den müssen alles kaputt machen aber erstmal von oben nach unten kaputt machen nicht dass wir irgendetwas wichtiges hier oben übersehen sonst kommen wir nicht mehr dran dann lass mich vorgehen ja und kenne ich die musik schon ich weiß nicht ob die neue kamen ja das hat mir nicht da oben gab es was wenn ja dann ist jetzt blöd war nicht nicht nur solchen langen links ich habe hier für den stand bist du gestorben ist so weit ist gestorben wegen der scheiß camp nein ich komme nicht mehr kommt mit oder ich hoffe wir haben nicht übersehen aber es ist ja sonst oder so oder so wieder neu machen ja wir können auch den hier nehmen oh gott da macht mir schaden eher nicht geil kann man eigentlich eier fahren ich glaube die brauchen wir stehen die müssen uns vielleicht folgen ist es gemacht oh mein gott da warum warum aktivierst du einfach alles kommt zurück bitte ich will ich mit die ohne dass der mich irgendwie angreift das ist echt next level level ja ja das so krass das level ist 6 level war da kann man die katteen da hinten herzen herzen okay ich hab schon war diesen rote hier oben ist ein timer schnell muss man essen mega easy das war ja einfacher als das erste mal okay wir haben drei wir haben alles bisher außer rote münzen damit vielleicht was übersehen das weiß ich jetzt nicht so ja war klar aber sorry sorry mach du mal lass ihn lassen kann das nicht okay warte dann locken wir ihn an das ist doch nicht treffen als ob du schon ein kostüm weg hast okay hier oben ist ein neues wochen die wir brauchen jetzt ich hab's ja ich hab's nicht mehr ja weil dazwischen macht sinn da kann ich den killen macht sinn guck mal im hintergrund siehst du das im stein ich bin gestorben nein mein kostüm ist weg ich weiß nicht wieso die machen durch fünf herzen scharf siehst du das im hintergrund da du hast mir ja auch schon gemacht echt aber auch mal hier im hintergrund dieser stein da ist das kristall ich hab dich nicht umgebracht ich war ich sehe ich kann keine eier schmeißen ich kann auch nichts aufnehmen kannst du das machen musst du die ist so die kurz lass doch ihnen ruhe egal aber wahrscheinlich ist das so ein sammelbares item für die quest später das wirklich geht ist ja voll dumm ich baue und so von hier ab da unten tot bei dir ich muss auch mal nach oben ich muss dich ja so hier oben ist nichts heute aber da war ja die ganze zeit getroffen oh gott da ist die bombe pass auf ist den kurzen wahrscheinlich wenn die bombe mich gleich und irgendwas hindern dass ich irgendwo in der red kann oder blume rankommen das ist doch so dumm das ist auch dumm ja nimm deine eier ich nehm dir jetzt einfach ey was du was denn mann jetzt ist mein horn weg mein dino das level ist echt nicht für youtube mehr gedacht das finde ich echt blöd immer einen hintergrund acht haben wir so schon was im hintergrund übersehen ach hier unten ach hier unten hab ich dir weh getan ich geh vor ich lass mich diesmal nicht mehr getroffen ich bin getroffen nein da oben ist was nein push mich dicht yes nein was als ob ich jetzt die herzen nicht hab ach oh nein ey das level ist echt scheiße da oben ist irgendwas ich springe mal ich springe ich springe siehst du ich kann aber auf der hier keinen push bekommen ey das level kannst du auf mich drauf gehen dann können wir nicht ey lass bloß einfach wir haben das level so hart verkackst mach das nachher einfach mal alleine jetzt wird viele schaden bekommen was wegen mir nein nein hör doch auf da gibst mir den falschen push den ich nicht haben will siehst du wow ja das ist sehr produktiv war es noch nicht noch nicht ich muss wahrscheinlich vorgehen du bist tot ne finde ich gut als ob wir haben einfach zwei Blumen übersehen was zum Henker wo denn wo waren hier denn zwei Blumen als ob du wieder gestorben bist schon wieder ey wahrscheinlich im Hintergrund auch noch mal Red Coins ne Warte 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 was warte warte oh mein Gott dieses Level wir dürfen das noch mal machen oder weißt du mach das lieber alleine sicher wenn wir dann das andere Level schon mal machen wenn ich das andere hier stehe ich einfach dann rein ja wir kommen nicht mehr hoch ich bin doch nach oben ja aber ich komme nicht mehr hoch und ich kann ja nicht irgendwie meine blase gehen oder so es geht ja nicht da komme ich nicht rein dieses verdammte level wie es geht nicht ich habe dich umgebracht ich fühle dich das an nicht in den schlamm nicht in den schlamm nein wir haben nur verloren wenn wir beide keine herzen mehr haben da oben sind wir noch minzen dieses level es regt mich so auf kommen gehen wir ins ziel dann streiche ich das später einfach noch mal rein das level der spiel ist schon mal das nächste level goschi wie ich da stehe so und wie gesagt werde ich das level noch einmal alleine spielen auch wenn ich vor jetzt ein wenig überzogen wird wahrscheinlich werde ich es trotzdem noch mal machen und das werde ich wahrscheinlich dann auch noch reinschneiden also ich habe wir haben jetzt schon die folge auch fertig aufgenommen nur werde ich halt noch das level hier Alleine spielen noch verdammt war der kopf noch dran ja und das war wichtig weil da oben waren red coins So ich mag das level nicht einfach aus dem grund da man einfach viel zu einfach alles kaputt machen kann und im multiplayer ist es kacke und ich finde level sollten auch so gebaut sein dass die multiplayer nicht richtig kacke sind so wie das level hier Das level hier ist nicht für nur die player gut hier liegen die blumen rum So was fehlt uns denn wir uns fehlte sieben rote münzen hatten wir die herzen nicht mal die hatten war okay so blöd war das level also Wenn wir nicht mal eine einzige sache richtig hatten Okay werden in der nächsten folge diese welt abschließen Alle sammeln und so Gibt es hier nichts Ich hoffe hier habe ich nicht verpasst kann sein ist es wieder was verpasst und dass wir noch mal mehrmals machen muss das kann jetzt auch gut sein So jetzt müssen wir auch passen jetzt kommt der kranke irre wieder Oh mein gott oh mein gott ich sehe gerade das geschenk hier im hintergrund Oh mein gott das war echt gut versteckt muss ich zugeben da das hatten wir schon das haben wir schon das Egal ich kann es noch mal versuchen ob das schwer ist Es ist schwer es ist fair es ist fair von der zeit her weil man wird ja die ganze von diesem anderen Typen da verfolgt und da ist es ganz fair denke ich mal Machen wir ja das kaputt danke hier waren parat keins okay Das ja ja das ist auch nicht schwer Seht ihr da hinten in den die sandburg im hintergrund Ja so ein schönes lächeln Sassen süß also super knuffig Okay Bam Ich wollte sagen verdammte verfolgt mich ja noch Okay hier ist nichts So jetzt hatten wir die vier wieder eingesammelt die wir von gefunden haben Als ob mir das schaden macht habe ich schon fast gar kein leben mehr Oh nein genau das meinte ich ich wollte mein kostüm nicht verlieren weil jetzt kann ich kann das sein dass ich wieder alle Dings nicht mehr bekommen kann alle alle herzen Und so das wäre natürlich ein blöd würde ich das nicht mehr bekommen So zack Ein paar münzen sind rum die nehme ich mir immer noch Die nehme ich mir doch die können mal Die können ich mir mal eben Ich gehe erstmal nach oben dass ich auch hier alles bekomme denn hier hatten wir nämlich eine blume übersehen So wir haben erstmal hier in dieser gegend alles So jetzt in dieser gegend Wir waren noch ein paar red coins aber eine keine die wir noch nicht hatten Naja hatten wir alles bisher anscheinend außer hat die blume Eine fehlt uns noch und sechs rote coins so eine neue hatten wir irgendwo gefunden Sorry ich weiß nicht genau wo ich glaube ich muss das level privat nochmal machen wegen herzen aber herzen ist sehr langweilig zu zeigen deshalb welches auch nicht zeigen Ja jetzt muss ich sehen Oh gott ich habe gar nicht gesehen ob da oben was ist Sag mir da oben ist nichts ich kann es mir gut vorstellen Ich kann mal gut vorstellen dass es nochmal machen muss Ich versuche mich wenigstens beeilen falls man das merkt Herzen 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 bin ich ganz nice vielleicht geht hier noch gleich ein checkpoints Oh gott Bomben Die bin ich jetzt nicht so gut gestimmt Okay hier sind noch überall Oh oh mein gott hier waren ja richtig viel habt ihr das gesehen wie viele das waren Okay okay das ist gut weil vielleicht ist hier oben war es aber sieht nicht so aus Doch hier oben war es hier oben ist eine blume Aber warte mal wo Da kommt man aber nur dran wenn man hier so macht glaube ich Ich weiß gar nicht Hm Aber uns fehlen trotzdem noch Drei rote coins Irgendwo sind noch ein paar münzen Die wir nicht hatten Vielleicht waren das die die ich vorhin meinte dass das vielleicht was wäre Okay dann sehen wir uns gleich an der stelle wieder Oh was hier oben waren die ah ja doch es war die stelle hier okay die waren hier oben wie ich mir dachte okay Damit hätten wir dieses level auch abgehakt ich hoffe das war die folge nicht allzu lang gemacht wenn doch dann werde ich versuchen die nächsten paar folgen etwas kürzer zu halten Ähm so einfach alle joshifolgen sind bei mir sogar 30 minuten Yay neue kostüme Mal zur abwechslung Cool Cool Ja mit null weg haben Ich bin alle 10 Mein ganzes geld Weiß ich nicht Haben wir alle ja? Ja wir haben es alle Ich hab immer genug geld für alle das ist Billig Juhu Juhu Wir kriegen Einen Ziegel Geil Ein roter Eimer Hatten wir das nicht schon? Weiß ich nicht Skeletosaurus Cool Grüne Schubkarre Ein Kamel Oh mein Gott wie geil Ein Kaktus Cool Sie sieht genauso aus wie der Berg Planierraupe Wer nennt das so? Salzsoße Salsa 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 Das sind nur 2 Levels Ja es sind nur 2 Levels Siehst du doch Das gehört zu Sarus Und da würde ich sagen Zieh mir doch direkt das geilste an Was wir bekommen haben Ja die grüne Schubkarre Genau die meinte ich Ich will den Popcorn Nein du sollst den Kopf nehmen Ich will den Popcorn Nein nein du sollst den Kopf nehmen Das ist unten Weiter unten Ganz unten Da 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 war er schon Ja Weiter hoch Nein Nein Das ist das Beste von allen Nein du sollst Du sollst aber den Kopf nehmen Dann habe ich den Skelett und du hast den Kopf für den Skelett Du hast doch schon den Kopf Du hast doch schon den Kopf Ja aber du hast doch schon den Kopf Ja nimm den Ja nimm den Ja nimm den Nur wenn ihr das Schaden macht Skelettosaurus Wrack Oh wir müssen abhauen Du hast gesehen Wir müssen jetzt wegrennen Wir müssen alles damit Das sah aber nicht aus wie ein Wrack Schon recht Es sei ja so Magstimmen Und umbringen Du bist in Folge 20 wieder da Denkst du wir werden da wieder gegen den Boss kämpfen in Folge 20 Ich hoffe nicht Ich hoffe nicht Duck mal duck dich mal duck dich mal Warte geh mal auf mich Warte das mal das mal Oh nein Nein Bist dich Hahaha Oh mein Gott wie cool das geht Oh Den nehm ich Okay nichts kaputt machen Nichts kaputt machen Also ich komme Keine Sachen ran Da unten Aber wir haben ja unendlich Ähm Dings Unendlich Eier zusammen Das ist gut Nein Ja wir kommen wieder lang Achso er macht es ein bisschen frei Okay danke Das ist okay Ist okay Ist nicht so schlimm Okay lass mich aber vor Lass mich vor Ich hab doch euer aufgehen Das ist hier zu schnell Nein wir müssen warten bis der hier zack macht Der haut jetzt hier rein Der doch guck der haut jetzt Danke ich Ihnen auch So was komm ich laden das nochmal rein Das ist Wir sind erst bei der ersten Blume Von daher ist das nicht schlimm Oh doch Scheiße Ist ja auch schlimm Scheiße Scheiße Oh man Oh man Okay Gib mal auf mich drauf Bleib mal die ganze Zeit auf mich drauf Okay Du schießt Und ich sammle alles Hahaha Oh mein Gott ist das so fehl Schieß mal hier drauf Danke Schieß mal auf ihn Schieß mal bitte auf ihn Hab ich Ich hab auf ihn geschießt Hat sich aber nicht so angefühlt Als hättest du wirklich was gemacht für uns Yoshi Jobbo 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 Und jetzt Du sammelt alles Okay Wollen wir mal sehen wie gut er ist Und alle sammeln Unten Nach unten Nach unten Nach unten Ich kann nicht Hinschießen Das war deine Schuld Ja ich kann das nicht abschießen Ich weiß nicht wieso Egal Komm wir gehen jetzt nicht mal untereinander rein Das funktioniert anscheinend nicht gut Boah ich mag das Level jetzt schon nicht Nein Ey Hör auf Ich will den Shiger essen Ich will den Shiger essen Das ist mein Ei Nein Das ist mein Ei Egal Komm Ich hab's weggebrochen Doch voll Idiots Egal ich hab wieder ein Ei ist mir Scheißegal Komm Okay Egal Lass mich in Ruhe Zack Nimm du das alles Ja Nice Wir haben schon mal drei Habbo Habbo Nicht Wir brauchen keine 100% was das Jeder Einzelne Ja Ja Wo braucht man nicht Geh Geh schnell Okay 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 War sogar die zweite Blume Hinten Da hinten Geschenk Nice Kannst du mir kurz pushen nach oben Ja 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 Okay Oh das waren drei Das war richtig wichtig Oh nein Oh nein Da müssen wir uns jetzt ganz schnell beeilen Oh nein Er macht eine Superattacke Eine Super Saiyajin Attacke Hilfe Hilfe Alles gut Kriegst du das noch hin Ja Das sind Herzen für dich Da oben Nein Nein Wie kann man denn so weit hoch Scheiße Da waren rote Münzen Die muss ich gleich nachholen Ja Das war's Jetzt sind Ich bin tot Nein Ich hasse dieses Level Komm Ja Die Blume haben wir noch bekommen Der bin ich immer in die Blume gebrochen Okay Das Level ist überhaupt nicht gut Ich hasse das Level Ja Hä Okay Okay Die Blumen kriegen wir immer hin Da müssen wir uns gleich nur noch Auf die anderen Dinge konzentrieren Oh da war gar nichts Da war gar nichts Nein 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 Scheiße Scheiße Warte 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 Oh da ist ein Yoshi Da war eine Yoshi Statue Oh kacke Oh Gott ist das Ja moin Ist das jetzt Mario Maker Geschwindigkeit oder was Nein Junge Wie soll man Wie soll man hier Sachen finden Wo muss ich lagen Hier nach oben Richtig okay Wir haben alle Blumen Okay Wir haben alle Blumen Ich habe schon wieder Ich habe schon wieder Bam Dann kriegt er auf die Fräsen Jetzt haben wir fast alles übersehen Jetzt haben wir fast alles übersehen Aber wie seht Wir haben die Welt schon durch Zwei Level Wir werden in der nächsten Folge dann die Quests machen Hey Yoshi's Ja Ja Wer hat euch Dino Wüste gefallen Hatte ich eine schöne Zeit Nein Ich hatte gehofft man könnte mir da vielleicht etwas besorgen Äh Sonnensturm Auf der Rückseite des Dino Levels mit der Wüsten Oase war sowas gut gegen Hitze Ach schon die Rückschläge Die Rückschläge müssen wir noch machen in der nächsten Folge So aber erstmal Wir hatten alles außer die roten Münzen LOL Hä Okay dann werden wir kurz aus den roten Münzen in der Ausschau halten Da oben Da oben Komm auf mich drauf Mach du Nice Okay okay uns fehlen aber immer noch drei Ich weiß aber wo die sind jetzt gleich Ja 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 und 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 Ja Sind das die Yes wir haben alles Jetzt noch ins Ziel Oder Ja Ja Nice Okay dann waren wir nur wegen der Eile haben wir verloren Aber ansonsten hatten wir alles tatsächlich im ersten Mal Erstes first try Fast first try Naja Gut Damit war es auch noch mit der Folge Schau Kinder lass mich jetzt nicht aktivieren Wenn es euch gefallen dann lass die positive Bewertung da Wir sehen uns in Folge 20 wieder Mit ihm Und bei uns geht es dann weiter in der nächsten Folge Es wäre dann Folge 16 Bis dann COPYK Bis zum nächsten Mal.